Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play Dead Space 2. Ja, wir sind immer noch hier kurz vor dem Ende. Wir nähern uns dem Ende dieses Spiels, dieses wundervollen Spiels. Verkaufen wir doch mal erstmal kurz unseren Halbleiter. Und die Energie für die Laserkanone, die brauchen wir nämlich nicht. Dann brauchen wir ebenfalls nicht die Stase. Und nochmal Stase, so viel brauchen wir gar nicht. Dann Brennstoff brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht, das brauchen wir auch nicht. Und das brauchen wir auch nicht. So, ähm. Im Save haben wir noch irre viele Medikits. Verkaufen wir mal eins. Verkaufen das. Und verkaufen den Plasma Cutter. Und nehmen das mit. So. Und im Shop kaufe ich mir jetzt Energieknoten. Und Munition. So, das reicht erstmal. Oh, was habe ich denn da jetzt verpasst? Was ist das denn? Oh, ein Audio-Log. Okay, cool. Kenner Verbs, Forschungslog 43 553. Wir sind Marionetten eines außerirdischen Einflusses. Wir haben die Kontrolle über dieses Projekt verloren, wenn wir sie je hatten. Selbst unsere Rationalisierungen für diese ganze Sache sind eine Illusion, die uns von den Kräften hinter dem ursprünglichen Marker, den schwarzen Marker, eingepflanzt wurden. Wir wissen nicht, wie man dieses Ding erschafft. Und es sorgt dafür, dass wir es erschaffen. Und es versucht auszubrechen. Ich stehe unter Sicherheitsbewachung, seit ich mit einem Vorschlaghammer um den Mini-Marker losging, den ich letzte Woche gebaut habe. Wir müssen alles zerstören, was wir hier erschaffen haben. Die Leute auf EG7 hatten recht. Das hier geht weit über unser Wissen oder unsere Kontrolle hinaus. Und ich weiß, viele werden jetzt austicken, aber ich brauchte das. Diesen Gesundheitspunkt, den wollte ich haben. Obwohl, hat sich da jetzt gerade überhaupt irgendwas verändert? Naja, egal. Mir wurde nämlich geschrieben, dass ich einfach viel zu sparsam mit dem Geld bin und der Meinung bin ich ehrlich gesagt auch. Ich verballere jetzt was. Denn was weg muss, muss weg. Und da wir sowieso in einem der vorletzten Kapitel sind, denke ich mir einfach mal, scheiß auf die Axt, verkaufen wir was. So, unsere Rig ist gut aufgerüstet, unser Stase-Modul ist perfekt aufgerüstet, unser Plasma-Cutter ebenfalls. Also es kann losgehen. Und da stehen wir vorm Marker. Oh mein Gott. Das habe ich gebaut? Anscheinend. Oh was? Was machen die? Sie alle kommen zum Marker. Die Konvergänz ist nah. Lark. Ob die Acker machen würden, aber diese irgendwie wären nötig. Dass ihr Verstand der reinste wäre. Ich habe Jahre damit verbracht, dir den Mentors Hirn zu durchschieben. So hätte es nicht geschehen sollen. Wie sollte das denn vor sich gehen? Alles unter Kontrolle. Clark, das ist nicht unsere Schuld. Alles unter Kontrolle, genau. Oh was? Was? Oh was? Heilige Scheiße. Okay. Was geht da ab? Und überall fliegen da die Necromorphs hoch oder Leichen. Ne, ich glaube das sind Necromorphs. Ja, die haben Krallen. Heilige Scheiße. Und wir haben keinen... Wieso haben wir keinen Helm auf? Okay, unseren Helm haben wir abgesetzt. Meine Güte. Marker-Zugang. Warnung, extreme Gefahr. Na super. Das hört sich ja klasse an. Aktivieren, ja. Das hört sich ja klasse an. Ja, es wird wehtun. Geh rein. Ja, probieren wir es mal. Schritt eins. Reinkommen. Schritt zwei. Die Schrauben werden rundherum festgezogen. Ins Auge dich die Nadel sticht. Was? Blut streumt über dein Gesicht. Ach, das müssen wir jetzt auch noch machen. Wir müssen den Arm ein... Achso, okay, warte. Ach, ich muss die Pupille treffen. Okay. Okay, okay. Ups. Nein. Nein, gar nicht gut. Was? Was? Scheiß. kruss. Wenn. Die. 哈囉. Hof. Statt. Wo? 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 Scheiße, war das widerlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war ja ekelhaft. Alter. Okay. Okay. Den ganzen Spaß nochmal, aber jetzt ein bisschen vorsichtiger. So, genau, die Pupille treffen und dann drücken. Ah, ist ja echt heftig, ich meine, dass die Stelle durch die BPJM Prüfstelle gekommen ist. Das wundert mich wirklich, also ganz ehrlich. Das war ja so widerlich. Ich glaube, ich kriege es hin. So. Noch ein bisschen. Ah, ist das gemein. Ah, ist das gemein. Oh was. Oh was. Krass. Oh. Oh, ist das mies. Direkt in die Pupille. Oh, ist das gemein. Der arme Isaac. Ich werde auf dich warten, ja. Heilige Scheiße, war das widerlich. Kapitel 14. Oh, was war denn das? Was? Ich höre hier was. Oh, was ist das? Ach du Kacke. Oh, blutet da. Was ist denn das? Große Wummel, große Wummel. Komm. Stirb. Stirb einfach, habe ich gesagt. Ach, nö. Ach, ich verstehe es schon. Ich verstehe es schon. Okay, 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 okay. Ich habe es raus. Ich habe es raus. Töten, einfrieren, hacken. Komm her. So, einfrieren. Und dann in der Zeit hacken. Ach, du Scheiße. Komm. Komm. Da war er doch. So, ja. Komm, ich habe es geschafft. Ach, der lebt sie noch. Okay. Okay. Ja, okay, gut, 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 gut. Eben schnell aufladen. Ah, da wusste der sich schon wieder zusammen. Ey, einfach rennen hier. Ich will hier raus. Verschlossen, natürlich. Und. Ich werde da verfolgen. Ich werde mich jetzt einfach die ganze Zeit. Ja, da höre ich ihn doch. Eine Speicherstation. Oh Gott. Die hätte ich jetzt gerade übersehen. Na, ist das schon hinter mir? Nee. Ja, scheiß mal auf den Audio-Log. Ach so, der überlebt das, oder was? Ja, moin. Oh, man ist da verschlossen. Oh, verdammt nochmal. Okay, okay, okay. Ich weiß schon, was ich machen muss. Ich weiß schon, was ich machen muss. Wo? Ach, eine Mutter, natürlich. So, komm her. Los, 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 den hier muss ich mitnehmen. Komm, da rüber. So. Oh, was geht denn hier ab? Oh, der hält ja auch. So. Oh, das verbraucht so viel Zeit, Mann. Kommt schon. Wo ist denn der? Ach, den da. Oh, meine Güte. So, komm her. Ja, 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 richtig. Eingeschränkter Zugang. Ja, 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 komm, 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 aufmachen. Ja, ja, ist mir egal, ob du Arnold noch was heißt. Schnell abspeichern. What the fuck? Hau ab! Was? Ja, das Spiel ist gestoppt. Okay, 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 okay. Alter, jetzt dreht dir durch hier. Einfach rennen, Alter. Oh, mein Gott. Lauf, Isaac. Lauf. Da ist verschlossen. Oh, was? Komm, 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 komm. Komm schon. Jetzt komm. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Oh, mein Gott. Und der Spaß geht weiter. Ah, kaputt machen. Scheiß auf die Sachen, die hier liegen. Bam. Scheiß drauf, was hier ist. Scheiß drauf. Einfach durch. Einfach durch. Komm, mach die Tür auf. Komm, 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 komm. What the fuck? Hau ab! Ah, zieh dich. Hau einfach ab. Zack. Zack. Bum, bumm. Quietsch. Okay, aktivieren. Einfach egal, was ist. Okay, Vakuum, Vakuum. Hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Eintritt Vakuum. Eintritt Vakuum. Okay, okay. Erstmal durchatmen. Heilige Scheiße. Man müsste mein Headset eigentlich auch schon durchs Mikrofon hören. Ganz ehrlich. Ach, und ich seh da hinten schon, was da auf mich zukommt. Ja, was jetzt? Ja, 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 ja. Haut ab hier. Jetzt komm her. Ist das tot, Job? Okay. Oh, nein! 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 Ach, komm schon! Ja, super! Klasse! Toll! Klasse, Spielentwickler! Habt ihr super gemacht! Echt! Ja, natürlich. Wieder von neu. Alles nochmal von neu. Ja, ja, Vakuum. Leckt mich doch. Ey, dann hab ich das schon mal gar nicht mal so schlecht hingekriegt. Ach, jetzt komm schon! Mann, ey! Langsam reicht mir das. Super! Toll! Echt! Klasse! Ja, Eintritt Vakuum. Ja, weiß ich doch. Geh mir nicht auf den Sack. Langsam ist der Rage-Mode an, Alter. Ohne Spaß. Was für eine behinderte Kackstelle das auch ist. Ja, genau. Ja, komm. Hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn ich da jetzt gestorben wäre. Jo. Jo. Alter, kann das Ding jetzt nicht einmal hochkommen? Ja, und dann kommt's hoch, wenn ich... Alter! Ohne Spaß, Mann! Das ist doch nicht... Ja, Pisse, Alter! Und meine Energie... Das kannst du nicht mehr Energie nennen. Stirb einfach. Ja, komm jetzt. Nein, nein, nein! Oh Gott, Mann! Das ist doch nicht wahr, ey! Verdammte Scheiße! Oh, super! Jetzt rege ich mich langsam mal auf hier über dieses Scheißspiel. Ey, so eine behinderte Kacke, Mann! Das ist doch nicht... Ohne Spaß, ey! Ich melde mich wieder, wenn ich's geschafft hab. So. Ich bin da. Hab's geschafft. Und natürlich in dem Versuch, wo ich's einfach mal nicht recordet hab. Meine Güte, ey! Ja, Austritt-Vakuum. Du mich auch. Wir haben kaum noch Munition. Spiele ich erstmal hier mit. Was auch immer hier jetzt kommt. Du kennst dagegen anders. Aber das funktioniert nicht. Du musst nicht gehen. Dann werde ich dich nun wieder sehen. Das ist die einzige Möglichkeit. Ja. Du musst dich tun. Ja, ich muss es tun. Natürlich muss ich das tun. Und was gibt's hier? Schön, dass vielleicht noch einen neuen Anzug. Ne, einen Energieknoten. Und Plasma, eine Agie. Okay, gut. Hat sich ja gelohnt. Der beste Raum bis jetzt. Kann denn nicht bald mal irgendwie noch ein Shop kommen oder so? Ich könnte ein bisschen Munition vertragen. Direkter Markerzugang. Ach so, okay, ja. Erst war's Marker... Ja, okay. Wunderbar, ein Shop. So, und eine Speicherstation. Ja, sorry für diesen Rage-Mode da gerade eben. Aber die Stelle hat einfach so aufgeregt. Das könnt ihr mir hoffentlich nachvollziehen. Ja, wir sehen uns im nächsten Part von... Das war's alles. Die Konvergenz ist fast gekommen. Triff mich beim Marker. ...Dead Space 2. Hoffentlich auch der letzte Part. Ich hab keinen Bock mehr auf dieses Level. Haut rein, Leute. Euer Felix. Tschüss. Das war's.